auch gleich starten. Ja, nochmal herzlichen Dank an das Team, an die Vorbereitung, die Einladung und wie immer soll das Webinar eine gute Mischung sein für Sie, der Inspiration, das heißt der Anregung, sich selbst um seine eigene Gesundheit zu kümmern, für sich selbst zu sorgen, vorzubeugen, als auch Sie informieren, wie Sie bestmöglich Ihre Kunden und Partner beraten können im Sinne einer starken Gesundheit und beim letzten Mal, das ist schon gesagt worden, haben wir uns mit den Basisprodukten beschäftigt und wir werden das heute fortsetzen, indem wir LR-Live-Takt Spezialisten anschauen. Spezialisten bedeutet, wir haben hier spezifische Wirkungen und ganz speziell heute ausgewählt für Sie Produkte mit Wirkungen auf das Immunsystem. Das heißt, sowohl Aloe Vera Immun Plus als auch Colostrum, Zystus, Reishi Pro 12 wirken auf die eine oder andere Art auf das Immunsystem. Deshalb schauen wir uns die Aufgaben des Immunsystems etwas näher an und natürlich haben diese Produkte auch noch andere Effekte und Wirkungen, die wir beim nächsten Mal uns noch genauer anschauen. Heute konzentrieren wir uns auf die Wirkung zum Immunsystem. Kurz nochmal die Zusammenfassung, wofür LR-Live-Takt steht. Wir hatten beim letzten Mal gesagt, LR-Live-Takt steht für die Entwicklung von Gesundheitskompetenz. Gesundheitskompetenz bedeutet, wie sorge ich für mich und meine Gesundheit im Sinne der Prävention unter den Bedingungen des modernen Lebens. Gesundheitskompetenz bedeutet auch, wie kann ich im Krankheitsfall dazu beitragen, meine eigene Gesundheit wiederherzustellen, wieder gesund zu werden, die Heilung zu unterstützen und damit schulmedizinische Maßnahmen ergänzen. Gesundheitskompetenz ist eng verbunden mit Lebensqualität, weil wir genießen das Leben oder haben hohe Lebensqualität, wenn wir uns kraftvoll fühlen, wenn wir gesund sind. Und das beginnt zunächst erstmal für jeden selbst. Das heißt, Gesundheitskompetenz bedeutet, ich sorge für mich selbst und ich werde damit Beispiel auch für die anderen Menschen. Das heißt, für die Kunden und die Partner. Das Schöne an LR-Live-Takt ist, LR-Live-Takt bietet Ihnen auch ein Geschäftsmodell, sodass Sie Ihre eigene Gesundheitskompetenz stärken, indem Sie es an andere weitergeben. Das ist der Network-Gedanke. Menschen lernen voneinander. Wir lernen voneinander, indem wir durch unser Beispiel andere inspirieren und durch unser Wissen andere auch informieren. Wir haben auch beim letzten Mal darüber gesprochen, warum heute die Frage der Gesundheit besonders dringend geworden ist oder wichtiger geworden ist, beziehungsweise was hat sich an der Gesundheitsfrage verändert in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Dort sind es vor allem die Themen Ernährung und Bewegung, die seit vielen Jahren im Vordergrund sind. Das heißt, die Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten im Westen und ich meine das nicht in den letzten drei, vier Jahren, ich meine in den letzten 30, 40 Jahren. Das bezieht sich vor allem auf die Menge an Zucker, auf die Menge an Kalorien, auf den Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln, die sozusagen ein gewisses Grundwissen zum Thema Ernährung wichtig machen. Es hat auch was damit zu tun, wie viel Bewegung in unserem Leben ist, bringen wir unsere Energiebilanz immer wieder ins Gleichgewicht. Als neues Thema der letzten 10 bis 20 Jahre das Thema chronischer Stress hinzugekommen. Chronischer Stress bedeutet eine dauerhafte oder über lange Zeit anhaltende Anspannung und Ausnahmesituation des Körpers, die in vielerlei Hinsicht auf den Darm, auf das Immunsystem wirkt und das Ganze eingebettet in eine Umgebung, in der wir es mit vielen Fremdstoffen zu tun haben, die es vor 100, vor 500 oder vor 1000 Jahren noch nicht gab. Und diese Lebensstilfaktoren, denen wir uns alle stellen müssen, denen wir ausgesetzt sind, bringen vier Regulationsmechanismen potenziell aus dem Gleichgewicht im Körper. Das ist einmal das Energiegleichgewicht und so nimmt das Thema Übergewicht immer weiter zu. Dann das Säurebasengleichgewicht, wo wir das Thema der Übersäuerung haben. Das haben wir beim letzten Mal gesprochen. Dann haben wir das Thema des oxidativen Stresses und sehr eng damit verbunden das Thema chronische Entzündungsprozesse. Das alles sind Gleichgewichtssysteme und der Körper verfügt nicht über sehr viele Möglichkeiten auf Stress von außen und auch wenig Bewegung stellt Stress dar, Fehlernährung stellt einen Stress dar, zu reagieren. Das heißt, er reagiert in diesen vier Systemen. Und das Interessante ist oder Schöne ist, Live-Takt-Produkte, LR-Live-Takt-Produkte haben Einfluss auf diese verschiedenen Systeme und helfen dem Körper damit wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen. Das ist eine der Grundprinzipien. Und natürlich wirken diese Gleichgewichtssysteme auch auf das Immunsystem. Chronische Entzündung ist eine Folge eines gestressten Immunsystems. Oxidativer Stress schwächt das Immunsystem. Fehlernährung schwächt das Immunsystem. Fehlende Bewegung schwächt das Immunsystem. Und das Immunsystem ist ein sehr wichtiges System im Körper, das wir uns etwas näher anschauen wollen. Klar, im Rahmen einer Pandemie, wie wir sie zurzeit haben, ist es ganz einfach ersichtlich und wichtig, was die Aufgabe des Immunsystems ist, nämlich den Körper zu schützen. Und damit meine ich sowohl Bedrohungen von außen durch Mikroorganismen, wie zum Beispiel Viren, aber auch Bakterien und andere. Schutz vor Giftstoffen, also toxischen Stoffen, Schutz vor Allergenen. Alles, was fremd ist, was den Körper bedrohen kann, was von außen kommt, wehrt das Immunsystem ab, erkennt das Immunsystem. Ein hoch, hoch komplexes System, was sich über viele Millionen Jahre mit unserer Umgebung mitentwickelt hat. Neue Bedrohungen im Außen, neue Stärke des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem lernt auch durch jeden neuen Kontakt neue Krankheitserreger kennen, lernt neue Abwehrstrategien, beziehungsweise baut sich eine Art Bibliothek auf, ein Erinnerungs-, ein Gedächtnis, wo viele, viele Erfahrungen gespeichert sind. Das Immunsystem hat aber auch nach innen hin eine wichtige Aufgabe, weil auch aus dem Inneren des Körpers können sich Bedrohungen ergeben. Und das hat vor allem damit zu tun, wenn Zellen krank werden, dann erkennt das Immunsystem kranke Zellen. Ich meine vor allem Krebszellen. Das heißt, auch die Krebsabwehr des Körpers ist Aufgabe des Immunsystems. Das heißt, ein starkes Immunsystem ist die Grundlage nicht nur davor oder dafür, von außen geschützt zu sein, sondern auch gegenüber Bedrohungen von innen. Und aus diesen beiden Aufgaben ergeben sich auch zwei mögliche Störungen des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem muss einerseits stark genug sein, um Bedrohungen abzuwehren. Ein starkes Immunsystem kann sowohl Bedrohungen von außen gut beantworten, also Viren zum Beispiel abwehren. Ein Immunsystem muss aber auch Bedrohungen richtig einschätzen können. Beides kann problematisch sein. In beiden kann das Immunsystem sozusagen aus dem Gleichgewicht geraten. Zum Beispiel kann das Immunsystem zu schwach sein für eine äußere Bedrohung. Vieles von dem, was wir heute als Corona-Maßnahmen, ja, mit Lockdown, mit Maske tragen. Corona ist ja für viele Menschen eine Erkältungserkrankung, für manche eine schwere Erkältungserkrankung, aber für manche auch eine tödliche Bedrohung. Und vor allem dort ist sie eine tödliche Bedrohung, wo das Immunsystem zu schwach ist, nämlich geschwächt ist, im Umgang mit diesem Virus, den das Immunsystem noch nicht kennt. Pandemisch können immer nur Viren sein, die zum ersten Mal, zum Beispiel von einem Tier oder aus einem Labor, auf den Menschen überspringen. Ja, die Frage, wo das herkommt, ist noch nicht ganz geklärt. Also in dem Augenblick, wo ein neues Virus sozusagen kommt, ist das Immunsystem erst mal, kennt das Immunsystem nicht. Und dann werden vor allen Dingen die Menschen, die ein schwaches Immunsystem haben, besonders schwer krank oder können auch sterben. Und der Zusammenhang ist sehr klar. Menschen, die übergewichtig sind, Menschen, die Bluthochdruck haben, Menschen, die Diabetes haben, die Herzerkrankungen haben oder Lungenerkrankungen. Und eine ganze Reihe von diesen Erkrankungen sind lebensstilbedingte Erkrankungen. Diese Menschen haben ein besonders hohes Risiko für schwere Krankheitsverläufe oder auch für tödliche Verläufe. Und vor allen Dingen diese Menschen schützen wir durch die Maßnahmen. Viele andere, Erwachsene, junge Erwachsene, Menschen mit starkem Immunsystem machen diese Krankheit durch wie eine Grippe oder eine schwere Grippe und viele merken nicht mal, dass sie Corona hatten. Das heißt, die Stärke des Immunsystems kann problematisch sein. Das Immunsystem kann zu schwach sein und dann kann eine ansonsten normale Bedrohung zu einer tödlichen Bedrohung werden. Das Immunsystem kann aber auch aus dem Gleichgewicht geraten in anderer Art und Weise, nämlich dass es überreagiert. Wir kennen das von sogenannten Allergien. Allergie bedeutet, das Immunsystem reagiert sehr heftig auf etwas, was eigentlich gar keine Bedrohung darstellt. Birkenpollen oder ein Apfel sind keine Bedrohung für meinen Körper. Es sei denn, das Immunsystem glaubt das. Das heißt, wenn das Immunsystem glaubt, Birkenpollen sind eine Bedrohung und entsprechend allergisch reagiert, dann leiden wir unter diesen Symptomen, obwohl Birkenpollen keine Gefahr für unsere Gesundheit darstellen. Das heißt, auch ein fehlgesteuertes Immunsystem kann problematisch sein, kann sehr belastend sein, wie alle Menschen wissen, die unter allergischen Symptomen leiden, Heuschnupfen, Lebensmittelallergien. Noch problematischer ist, wenn das Immunsystem gegen körpereigene Strukturen arbeitet, man nennt das Autoimmunerkrank. Das Immunsystem bekämpft sich selbst oder bekämpft den Körper. Zum Beispiel bei Rheuma greifen Immunzellen den Gelenkknorpel des eigenen Körpers an oder Immunzellen greifen die Leber an. Autoimmunerkrankung der Leber sind auch nicht selten oder greifen Nervenzellen an und es entsteht Multiple Sklerose sind schwierige Erkrankungen, wo die Schulmedizin wenig Möglichkeiten hat, außer das Immunsystem insgesamt zu unterdrücken und sind auch mit unseren Möglichkeiten kaum zu unterstützen. Aber wichtig, dass wir davon mal gehört haben. So und aus diesen beiden Störungsmöglichkeiten ein zu schwaches Immunsystem oder ein überaktives oder aus der Balance geratenes Immunsystem. Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten der Einflussnahme auf das Immunsystem oder der Unterstützung. Wir können das Immunsystem verstärken und wir können das Immunsystem unterstützen zu balancieren. Und es gibt dadurch oder dafür immer die Möglichkeit, das durch unsere Ernährung zu machen. Ja, also Ernährung hat Einfluss auf das Immunsystem. Das ist ganz klar belegt. Oder auch unser Lebensstil. Ja, zum Beispiel mehr Schlafen sehr gut fürs Immunsystem. Bewegung an frischer Luft gut fürs Immunsystem. Das sind sehr, sehr klare Faktoren. Bitte, ich sage das immer wichtig, dass wir nicht nur an Produkte denken. Wenn Menschen sich beraten lassen, ja, also wenn sie Menschen beraten, dann weisen sie bitte auf alle diese Faktoren hin. Weisen sie auf die Produkte hin, weisen sie auf Bewegung hin, weisen sie auf Stress hin. Damit profitieren die Menschen mehr und sie werden bessere Ergebnisse erzielen und damit auch mehr Empfehlungen bekommen. Ja, ähnliches gilt auch für das Thema Balancierung. Auch das Immunsystem kann durch Ernährung und Lebensstil balanciert werden. Und vor allem über den Darm, das ist vielleicht das Thema, was wir dann zum Jahresabschluss im Dezember nochmal machen, der Darm ist das größte Immunorgan. Etwa 70 bis 80 Prozent aller Immunzellen befinden sich um den Darm herum. Und deshalb ist der Darm auch der größte Hebel zur Veränderung des Immunsystems, vor allem zur Balancierung. Also Darmreinigung und Detox-Programme können das Immunsystem beruhigen, in Balance bringen und wir können das durch entsprechende Produkte auch unterstützen. Unser Thema heute ist vor allem die Verstärkung des Immunsystems. Das liegt auch so ein bisschen an der aktuellen Jahreszeit. Der Herbst kommt, in der feuchteren und kühleren Luft können sich Erkältungsviren besser verbreiten. Auch das Immunsystem ist schwächer, weil wenn die Sonne weiter sinkt, wird nicht mehr so viel Vitamin D produziert. Das ist ein sehr wichtiges immunologisch wirksames Vitamin im Körper. Wir halten uns mehr in Innenräumen auf, wir bewegen uns nicht so viel. Wir essen vielleicht tendenziell auch nicht mehr so gut im Herbst oder essen mehr oder weniger Gemüse, weniger Obst, mehr Zucker, Plätzchen. Es geht auf Weihnachten. Sie wissen, was ich meine. Ja, das heißt, es ist wahrscheinlich, dass es wieder zum Anstieg nicht nur von Corona, sondern auch von anderen Erkältungskrankheiten kommt. Deshalb ist es immer gut, sich im Herbst auch dieses Thema etwas vorzunehmen. Was kann ich für die Stärkung meines Immunsystems tun? Und bevor wir schauen, was man tun kann, möchte ich Ihnen ein paar einfache Hinweise mitgeben. Was könnte denn auf ein schwaches Immunsystem hinweisen, wenn Menschen sozusagen mit Ihnen sich unterhalten, wenn Sie Menschen beraten? Was könnte auf ein schwaches Immunsystem hinweisen? Ich meine, jeder Mensch ist mal erkältet. Und die Tatsache, dass ich mich anstecke, heißt noch nicht, ich habe jetzt ein zu schwaches Immunsystem, weil, wie gesagt, Krankheit gehört auch zum Leben und auch eine Erkältung. Aber wenn man häufig erkältet ist, wenn man mehr als drei, vier Mal im Jahr Schnupfen hat, vielleicht Bronchitis hat, Fieber hat, schwere Erkältung hat, dann könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das Immunsystem insgesamt etwas zu schwach ist, um Gefahren abzuwehren. Dafür gibt es viele, viele mögliche Gründe von bestimmten Medikamenten, die das Immunsystem schwächen, über, wie gesagt, Lebensstilfaktoren, chronischer Stress und so weiter. Wer häufig so eine Herpesbläschen an der Lippe hat, das kann auch ein Zeichen sein für Stress, kann auch ein Zeichen sein für ein geschwächtes Immunsystem. Auch wenn man sich energetisch schwach fühlt, wenn man viel müde ist, sich schlecht konzentrieren hat, immer so ein bisschen neblig im Kopf ist. Das heißt, wenn der Körper nicht kraftvoll und präsent ist, kann das ein Zeichen sein, dass das Immunsystem schwach ist, dass es mit Erregern zu tun hat, auf die es nicht richtig Zugriff hat. Sie müssen sich immer vorstellen, wenn Sie so ein Gefühl haben, wie ich bin schon eine ganze Weile ein bisschen krank, aber nicht so richtig, mir geht es nicht so gut. Das ist dann nicht ein Zeichen dafür, dass die Krankheit schwach ist, sondern dass das Immunsystem zu schwach ist. Schauen Sie, ein starkes Immunsystem reagiert auch stark. Das heißt, wenn Sie mal zwei, drei Tage richtig krank sind, heißt das, Ihr Immunsystem ist stark und kämpft einen Kampf gegen Erreger. Aber wenn Dinge sich so lange hinziehen und sie nicht richtig wieder gesund werden, auch wenn Wunden lange nicht gut abheilen, immer wieder aufgehen und so weiter, kann das ein Zeichen sein dafür, dass das Immunsystem zu schwach ist und damit Erreger im Körper weiter gedeihen, ja, persistieren, sagt man, und das Immunsystem sie nicht vollständig beseitigen kann. Und hier ist es eben sinnvoll, das Immunsystem zu stärken. Und bevor wir auf die Produkte schauen, vielleicht ein kleiner Blick auf das Thema Ernährung. Die wichtigsten immunologisch wirksamen Substanzen finden sich in Pflanzen. Vor allen Dingen frisches Gemüse, frisches Obst, das Reiches an Vitaminen, das Reiches an Mineralien, Reiches an Spurenelementen und Reiches an sogenannten bioaktiven Pflanzenstoffen. Das alles haben wir beim letzten Mal besprochen. So was finden wir in Vita-Aktiv zum Beispiel, so was finden wir in Provalence, aber auch in Zellessenz. Diese Substanzen wirken auf verschiedenste Art und Weise auf das Immunsystem ein, kurbeln die Produktion von Antikörpern an, über das Vitamin C, bringen die Enzyme, verstärken die Wirkung von Enzymen und es sind einfach Voraussetzungen dafür. Dann ist das Vitamin D ganz wichtig. Das findet sich jetzt in Pflanzen nicht unbedingt und das ist das Vitamin, das in der Haut gebildet wird, in der Sonne. Wer häufiger krank ist, dem empfehle ich wirklich Vitamin D ab Ende Oktober bis etwa Anfang, Mitte März zu nehmen und zwar jeden Tag etwa 1000 Einheiten pro Tag. Es ist über LR-Produkte möglich, wenn man zum Beispiel ein bis zwei Teelöffel Vita-Aktiv nimmt oder man holt es sich aus der Apotheke. Dann ein wichtiger Nährstoff für das Immunsystem ist Eiweiß. Antikörper, die Waffen des Immunsystems gegen Viren, werden aus Eiweiß gebildet und jeder Antikörper besteht aus Hunderten und Tausenden von Aminosäuren. Das heißt, eine gute Eiweißversorgung, vor allen Dingen, wenn man krank ist und im Bett liegt, braucht man gutes Eiweiß, damit das Immunsystem Eiweiß zur Verfügung hat. Das Immunsystem holt sich das Eiweiß auch aus dem Körper, aber dann baut es dann eben Muskeln ab und das ist auch nicht so schön. Das heißt, gute Eiweißversorgung und natürlich viel trinken, Wasser, Tee, das spült die Schleimhäute. Die Erreger dringen ja nicht über die Haut ein, die dringen oft über die Schleimhäute, der Nase, im Rachenbereich. Viel trinken hilft dort auch, die Schleimhäute zu reinigen immer wieder. Und wenn man dann wieder gesund ist, Spaziergänge machen, Ausdauersport, wie gesagt, viel schlafen. Ich denke, das Immunsystem profitiert am allermeisten von Ruhe. Deshalb ist es auch nachts am aktivsten. Das heißt, wenn Sie krank sind und die Möglichkeit haben, bitte legen Sie sich hin, ruhen Sie sich aus, dann sind Sie auch schnell wieder fit. So, wie können wir das jetzt durch Produkte unterstützen? Hier sind es vor allem eben Aloe, Cistus, Colostrum, Reishi und dann noch Pro12, das hatte ich schon erwähnt. Und wir fangen mal mit Aloe Vera an. Wir hatten ja beim letzten Mal besprochen, Aloe Vera hat als Grundeigenschaft auch Wirkung aufs Immunsystem. Es wirkt anti-entzündlich, stärkt das Immunsystem. Und wir haben auch über das Aloe Plus Modell gesprochen oder über dieses Konzept. Das bedeutet, wenn wir die Grundeigenschaften der Aloe Vera nehmen und jetzt spezifische Mikronährstoffe hinzufügen, spezifische Stoffe, die das Immunsystem stärken, dann bekommen wir einen sogenannten Immunbooster. Und das ist Aloe Vera Immunplus. Das sind natürlich zunächst erstmal die Klassiker Vitamin C und Zink, aber auch Hausmittel, wie wir sie früher schon immer, ein Tee mit Zitrone und Honig hat Einfluss aufs Immunsystem. Ingwer hat Einfluss aufs Immunsystem. Wir schauen uns gleich die Wirkung noch ein bisschen genauer an. Das heißt, wir haben einen Plus an Schutz und dadurch einen Spezialisten im Bereich der Stärkung des Immunsystems. Und wie gesagt, diese stärkenden Aspekte kommen zu all den anderen Wirkungen, die die Aloe mitbringt, noch hinzu. Und das kann so ein bisschen die Basis für ein starkes Immunsystem sein. Also ich würde Ihnen schon empfehlen, über den Herbst und Winter nehmen Sie Aloe Vera Immunplus als Ihr Basisgetränk. Aloe Vera, Sie können das gerne auch kombinieren. Wer jetzt vielleicht Freedom nimmt, weil er was mit den Gelenken hat und so weiter, der kann natürlich das auch im Wechsel nutzen. Gut, was haben wir für Wirkung? Über die einzelnen Substanzen kann man eine Menge sagen. Nur so viel Ingwer hat keimabtötende Wirkung. Das heißt, die sogenannten ätherischen Öle, die im Ingwer drin sind, die man ja auch gut rausschmecken kann, haben keimabtötende Wirkung auf den Schleimhäuten. Sie unterstützen die Ausschüttung von Abwehrstoffen und dieses etwas scharfe verbessert auch die Durchblutung der Schleimhäute. Die Durchblutung der Schleimhäute ist wichtig, weil nur dadurch die Immunzellen an die Schleimhäute gelangen. Es ist ja so, man weiß ja, dass man sich leicht erkältet, wenn man kalte Füße hat. Wenn die Füße kalt sind oder die Schleimhäute auskühlen durch sehr trockene Luft, wie sie im Winter oft ist, oder durch sehr kalte Luft abkühlen, dann ist die Durchblutung schlechter. Und Ingwer zum Beispiel verstärkt auch die Durchblutung. Dann Zink ist eines der ganz wesentlichen Mikronährstoffe für die Reifung von Immunzellen. Sie müssen sich vorstellen, das Immunsystem ist so ein bisschen wie die Armee im Stand-by-Modus, immer wachsam, aber auch nicht immer voll aktiv. Und in dem Augenblick, wo ein Erreger erkannt wird, ein Erreger es geschafft hat, Körperzellen zu infizieren, startet der Körper eine sehr komplexe Immunreaktion. Und dann greift er auf Mikronährstoffe zurück. Und das heißt, der Normalverbrauch an Mikronährstoffen geht nach oben in dem Augenblick, wo wir uns mit einer Erkältung zum Beispiel auseinandersetzen, mit einer Infektion. Das gilt zum Beispiel für Zink. Das gilt auch für Vitamin C. Das heißt, eine gute Vitamin-C-Versorgung zu haben, ist immer wichtig. Natürlich, spätestens wenn man merkt, dass man eine Erkältung hat, läuft die ja schon ein paar Tage. Und dann ist es auch gut, noch erhöhtes Vitamin C einzunehmen. Aber eine gute Grundversorgung ist wichtig. Denn wenn wir die ersten Symptome spüren, dann ist ja schon mehrere Tage der Prozess am Laufen, die sogenannte Inkubationszeit. Deshalb gibt es ja diese Quarantäneregeln und so weiter. Das heißt, eine gute Grundversorgung mit diesen Mikronährstoffen ist vor allem vorbeugend ein wichtiger Punkt. Ähnliches gilt auch für Selen. Selen ist ein wichtiges Spurenelement für die Aktivierung von Immunzellen. Vor allen Dingen Immunzellen, die Antikörper produzieren, hat antioxidative Wirkung. Und natürlich noch viele, viele andere Effekte im Körper, die wir jetzt hier nicht weiter eingehen. Also, es sind spezifische Mikronährstoffen. Deshalb haben wir heute auch von Spezialisten gesprochen. Und zusammengefasst können wir drei Hauptwirkungen sagen. Das heißt, es ist die Entwicklung und Reifung des Immunsystems und die Produktion, der Aufbau von sogenannten Antikörpern. Das heißt, wann immer ein Erreger in den Körper eindringt, werden unreife Zellen, quasi die Reservisten, aktiviert. Die werden sozusagen zum Ort des Geschehens gebracht. Sie müssen lernen, sich mit diesem speziellen Virus zum Beispiel, Coronavirus, auseinanderzusetzen. Sie müssen dann Antikörper produzieren. Das sind alles Schritte, für die der Körper sozusagen vorbereitet ist, aber die erst ausgelöst werden, wenn dann ein wirklicher Kontakt stattgefunden hat. Und die entsprechenden Mikronährstoffe, die gebraucht werden, ist es gut, schon im Vorfeld entsprechender Menge auch zuzuführen. Und deshalb hier so, dass so die vertriebliche Folie, sagen wir immer, stärkt, aktiviert und stimuliert. Das sind so die Begrifflichkeiten, mit denen wir arbeiten. Also stärkt das Immunsystem, aktiviert Immunzellen und stimuliert die Produktion von sogenannten Antikörpern. So, deswegen Aloe Vera Immun Plus ist meine Empfehlung. Trinken Sie es vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit als die Grundlagen, als grundlegende Stärkung des Immunsystems, als Basisstärkung. Wie alle Aloe Vera Substanzen entfaltet sich die Wirkung der Aloe erst über eine gewisse Zeit. Und natürlich ist es auch gut, dann das über einen längeren Zeitraum einzunehmen, vielleicht in den Wintermonaten, drei bis sechs, also in den drei bis sechs Monaten der dunklen Jahreszeit. Und damit starten wir oder legen wir den Grundstein, die Basis, Power für das Immunsystem. Wer jetzt wenig Obst und Gemüse isst, darüber hatten wir ja das letzte Mal gesprochen, oder vielleicht auch schon älter ist, wo das Immunsystem, wo man weiß, das Immunsystem ist geschwächt, zum Beispiel durch Diabetes oder andere. Es ist durchaus sinnvoll auch noch, das um vita-aktiv zu ergänzen. Ja, da haben wir das letzte Mal drüber gesprochen. Gut, soviel zu Aloe. Wir kommen zu einem weiteren Produkt, sehr interessant. Schauen Sie auf den Höhepunkt der Pandemie, zumindest in Deutschland, in der zweiten großen Welle Anfang Januar, da hatten wir viele Fälle hier, gab es auf einem großen Nachrichtenkanal, NTV, einen Pressebericht, dass eine alte Heilpflanze zeigt Wirkung gegen Coronavirus. Deutsche Forscher finden heraus, dass ein in Deutschland vertriebenes Produkt, wo in Lutschtabletten Zistus drin ist, die Vermehrung von Covid-2-Viren verlangsamt hat. Das sind keine Versuche an Menschen gewesen, es waren Versuche, die im Labor gemacht wurden, aber sie waren trotzdem so interessant, dass dafür in der Bild-Zeitung, das ist die große Boulevardzeitung in Deutschland, von diesem sehr anerkannten, etablierten Institut, vom Fraunhofer-Institut, das sozusagen mitgeteilt wurde. Und das war jetzt für uns, sagen wir mal bei LR, keine Überraschung, weil ähnliche Untersuchungen wurden auch schon mit Zistus gemacht und Influenzaviren. Und die Literatur, wenn man dort hineinschaut, kann auch sehr deutlich belegen, wie so eine Wirkung zu verstehen ist. Da möchte ich Ihnen gerne ein bisschen zu erzählen. Ich sage hier nicht, ganz wichtig, dass Zistus einen Schutz darstellt vor Corona, wie ihn die Impfung bietet und so weiter. Aber es gibt, wie gesagt, klare Belege im Reagenzglas, dass dort ein Zusammenhang ist zwischen Zistus und Covid und dass dort eine Unterstützung, sagen wir, das Immunsystem. Und wie die genau aussieht, schauen wir uns ein bisschen an. Also erst mal ein bisschen zum Hintergrund. Zistus und Kanus ist keine neue Pflanze, auch keine neue Heilpflanze, sondern sie ist dort, wo sie zu Hause ist, rund ums Mittelmeer, in Griechenland, Italien, Korsika, aber auch in Marokko und so weiter, schon lange bekannt aufgrund ihrer Wirkung, vor allen Dingen gegen Mikroorganismen. Man hat das schon immer eingesetzt gegen Viren, Bakterien und Pilze. Das hieß ja, früher wusste man ja nicht, früher wusste man nur, dass die Pflanze verschiedene heilsame Wirkungen hat, vor allen Dingen dann, wenn Menschen krank geworden sind, ohne dass man früher wusste, dass da Mikroorganismen dahinter stecken. Wir wissen heute, dass in der Untersuchung dieser Pflanze vor allen Dingen ein sehr außergewöhnlich hoher Anteil an sogenannten Polyphenolen dafür wahrscheinlich verantwortlich ist. Polyphenole sind bioaktive Pflanzenstoffe, von denen es viele, viele Tausend gibt und Cystus in Kanus ist die polyphenolreichste Pflanze in ganz Europa. Und die Polyphenole haben viele Wirkungen im Körper, viele positive Wirkungen und die Wirkung aufs Immunsystem ist nur eine von vielen. Und man war natürlich schon immer interessiert, vor allen Dingen an der Wirkung gegen Viren, weil natürlich sind früher die meisten Menschen an sogenannten Infektionserkrankungen, also an Bakterien gestorben, die Pest, Typhus, Cholera, Tuberkulose, alles durch Bakterien hervorgerufene schwere Erkrankungen und Haupttodesursache noch bis vor 100, 150 Jahren in Europa und in vielen Teilen der Welt immer noch. Deshalb waren Antibiotika, also Mittel gegen Bakterien, eine sehr wichtige Entwicklung in der Medizin. Heute muss im Prinzip kaum noch jemand an einfachen Bakterien sterben, aber Massentierhaltung und hoher Antibiotikaverbrauch züchtet inzwischen ungewollt Bakterien, die so resistent sind gegen Antibiotika, dass inzwischen auch schon wieder viele tausend Menschen europaweit jedes Jahr sterben an sogenannten multiresistenten Keimen. Was ist nun an Zistus interessant? Zistus hat nicht nur antibakterielle Wirkung und Wirkung gegen Pilze, sondern vor allem auch Wirkungen gegen Viren. Und wir haben so gut wie keine antiviralen Substanzen in der Medizin zur Verfügung. Das heißt, wir haben antibakterielle Antibiotika, aber wir haben keine antiviralen Substanzen. Aber Viren machen etwa 80 bis 90 Prozent aller Erkältungskrankheiten aus. Also die meisten Schnupfen, Bronchitis, Influenza und jetzt natürlich Covid, alles durch Viren hervorgerufen. Wir haben keine antiviralen Mittel, sonst könnten wir sehr viel entspannter mit dem Coronavirus umgehen, als wir das bisher machen. Und insofern hat man natürlich immer sich interessiert, was an einer Pflanze wie Zistus ist denn möglicherweise verantwortlich für die Wirkungen gegen die antiviralen Wirkungen. Und das hat man untersucht. Hier 2007 ist diese Studie erschienen. Hier hat man die Wirkung von Zistus gegen Influenza, also die klassische Viruskrippe, untersucht und dabei festgestellt, dass die Polyphenole sich um Viren herumlagern können. Und dass diese Polyphenole es den Viren, hören Sie genau, schwerer machen, an Zielzellen anzudocken. Ein Virus muss ja an eine Zelle ran, damit es in die Zelle eindringen kann. Und wenn jetzt Polyphenole um diese Viren herum sich lagern, dann können die schwerer andocken. Das ist so ein bisschen, als ob ich einen Schlüssel nehme und sozusagen Klebeband rumwickele. Dann kann ich den Schlüssel nicht mehr ins Schloss stecken und kann die Tür nicht mehr aufmachen. Und so ähnlich stellt man sich das vor. Das heißt, wenn wir die Polyphenole von Zistus zu uns nehmen, zum Beispiel Zistus-Tee trinken, was ich sehr viel mache, dann verteile ich die Polyphenole im Körper. Da habe ich mich gleich verschluckt. Da verteile ich die Polyphenole nicht im Körper, sondern hier erst mal auf den Schleimhäuten. Sehen Sie, man soll nicht trinken und sprechen gleichzeitig. Und wenn ich die Polyphenole hier auf den Schleimhäuten habe, dann ist das wie eine zusätzliche Schutzschicht gegenüber Viren, die über die Schleimhäute in den Körper eindringen. Und so könnten wir sagen, Zistus schützt unseren Körper, zieht den Zaun höher. Ja, es ist wie, wenn ich ein Grundstück habe und habe ich einen Zaun ringsherum, damit man nicht so leicht auf dieses Grundstück kommt. Und wenn ich sage, ich möchte gerne mehr Schutz haben, dann baue ich den Zaun etwas höher und dann ist es schwerer, auf das Grundstück zu kommen. Ein höherer Zaun bedeutet nicht, niemand kann auf dieses Grundstück kommen. Deshalb bedeutet Zistus nehmen in Form von T zum Beispiel nicht, dass man keine Infektion bekommt, aber möglicherweise ist der Zaun höher und damit ein bestimmter, verbesserter Schutz. Das heißt, wir gehen von einem zusätzlichen Schutzfaktor aus, so wie die Maske nicht bedeutet, man kriegt nicht Corona, aber man hat einen zusätzlichen Schutz, kann man mit Zistus einen zusätzlichen Schutz. Und der Mechanismus, wahrscheinlich legen sich um die Viren und machen es so schwerer. Das heißt, T eignet sich für diesen Schutz am besten, weil die Polyphenole, wenn ich sie trinke und sie gehen über den Darm in den Körper, verteilen die sich im ganzen Körper. Aber wenn ich sie trinke und hier so ein bisschen das Hin und Her bewege, verteilen sich die Polyphenole im Rachenbereich und bleiben auf den Schleimhäuten und bilden so wie eine zweite Schutzschicht. Das heißt, für die Anwendung von Zistus als vorbeugenden Schutz, vor Erkältungen im Allgemeinen, das heißt vor Grippeviren, vor Erkältungsviren, aber eben auch vor dem aktuellen Virus wie Covid, können wir Zistus-T nutzen und ziehen dort den Zaun etwas höher. Das ist nicht dasselbe wie eine Impfung. Eine Impfung hilft dem Körper, einen spezifischen Schutz aufzubauen. Das ist eine andere Kategorie. Aber hier ziehen wir den Zaun ein bisschen höher. Zistus hat auch noch mehr Wirkung. Zistus ist auch hier in der Charité, in der Universitätsklinik in Berlin untersucht worden, an Menschen, die eine Infektion hatten, der oberen Atemwege, also eine klassische Erkältung. Dabei hat man eben auch festgestellt, dass selbst wenn man schon eine Erkältung hat, eine Grippe hat und dann Zistus nimmt, dass die entsprechenden Patienten davon profitiert haben, was auf noch zusätzliche Wirkungen zur Stärkung des Immunsystems hinweist. Ja, auch anti-entzündliche Wirkungen, dass bestimmte objektive Blutparameter, die Entzündungswerte anzeigen, sich verändert haben. Und das ist auch bekannt, dass Zistus-T andere Wirkungen oder Zistus überhaupt auch noch andere Wirkungen hat. Und insofern könnten wir sagen, der T eignet sich insbesondere zur allgemeinen Vorbeugung. Vorbeugung vor Infekten, vor allen Dingen der oberen Atemwege. Ja, es kann auch genutzt werden, wenn wir merken, es ist schon ein Infekt im Gange. Ja, ich habe schon eine Infektion. Auch dann lohnt es sich, noch Zistus-Tee zu trinken. Und die anti-entzündlichen Wirkungen können wir auch nutzen, um zum Beispiel zu gurgeln, ja, oder bei Halsschmerzen auch vorsichtigen Tee, wahrscheinlich dann vorzugsweise kalt zu trinken. Ja, und dann können Sie ruhig ein bis zwei Kannen am Tag trinken und es lohnt sich wirklich immer wieder mal, einen kleinen Schluck zu nehmen, so wie ich das jetzt mache. Und das ruhig so ein bisschen hin und her bewegen, ja, weil wir damit die Polyphenole verteilen. Und deshalb spreche ich so ausführlich darüber, damit Sie über den Wirkmechanismus auch verstehen, warum diese Darreichungsform nämlich als Tee so besonders wirksam ist. Und wenn Sie vielleicht noch ein bisschen Zitrone ranmachen, kommt noch mehr Vitamin C. Wenn Sie ein bisschen Honig ranmachen, das ist dann so ein bisschen auch, wie wir das schon beim Aloe besprochen haben. Ja. Und dann kann man ein Extrakt machen aus Zistus in Kanus. Das haben wir dann in den Kapseln. Auch wiederum noch ergänzt zum Vitamin C und Zink, die wichtigen Mikronährstoffe fürs Immunsystem. Auch hier vor allem schon bei beginnender Symptomatik oder auch vorbeugend für bestimmte Zielgruppen, die vielleicht sogar ein erhöhtes Risiko haben. Dann kann man ruhig zwei, drei, vier Kapseln am Tag nehmen, vielleicht sogar bis zu sechs Kapseln. Oder in Kombination mit dem Tee. Und kleiner Ausblick noch. Die Polyphenole zeichnen sich neben der immunologischen Wirkung durch ihre starke antioxidative Wirkung aus. Und deshalb ist es sicher auch eine gute Idee bei Erkrankungen, die mit oxidativem Stress einhergehen, die zum Beispiel Diabetes oder Atherosklerose oder wenn man veränderte Blutfette hat, auch dort sich anzugewöhnen, regelmäßig Zistustee zu trinken. Ähnliche Wirkungen hat zum Beispiel auch grüner Tee. Wobei Zistustee noch deutlich höhere Polyphenolwerte hat. Ja, also Entzündung, oxidativer Stress und eben die immunologischen Funktionen. Zistustee ist ein sehr, sehr wertvolles Produkt, weil man ja auch gleichzeitig Wasser trinkt. Ja, das hatte ich ja eingangs auch gesagt, der Spüleffekt und so weiter. Und wir stellen also Zistus in Kanus. Zistus tut gut. Ja, schön. Wir stellen also Zistus in Kanus, dem Aloha an die Seite. Besonders da, wo es vielleicht besondere Risikosituationen gibt, wenn man viel in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist oder im Krankenhaus arbeitet oder viel Kontakt zu Menschen hat. Ja, wo man zu der Basisversorgung jetzt den Zaun noch ein bisschen höher zieht. Zum Beispiel, wie man regelmäßig Zistustee trinkt. Wie gesagt, Tee ist immer eine gute Idee, wenn man nicht so viel Zucker reinmacht. Wenn man es etwas süßer haben möchte, gerne mit ein bisschen Honig. Ja, oder wenn man auch diese Kombination Honig-Zitrone, dann verstärkt man diese Effekte noch. Man hat gleichzeitig ein gesundes Getränk, was gesund ist auf mehreren Ebenen. Und die Kapseln, wie gesagt, dann noch zusätzlich als Verstärker, wenn schon eine Erkältung begonnen hat. Zistus, wie gesagt, vor allem auch präventiv und akut. Und jetzt kommen wir noch zu einem Mittel, was sehr, sehr interessant ist, nämlich das sogenannte Kolostrum. Kolostrum ist ein Phänomen, ein Phänomen aller Säugetiere, weil Kolostrum ist lateinisch und bedeutet Erstmilch oder Frühmilch. Das ist sozusagen die Milch, die die Mutter ihrem neugeborenen Kind in den ersten Stunden nach der Geburt gibt. Und diese Milch unterscheidet sich unterscheidet sich von der Milch, die der Ernährung des Neugeborenen gilt, ist die Kolostralmilch oder das sogenannte Kolostrum vor allen Dingen für das Immunsystem wichtig. Wir hatten eingangs gesagt, das Immunsystem lernt über jeden Kontakt mit jedem neuen Virus, mit jedem neuen Bakterium, mit allem lernt es sich besser verteidigen. Nun, so ein Neugeborenes hat aber noch gar keinen Kontakt gehabt mit der Welt und mit Viren. Das heißt, das Immunsystem neugeborener Säugetiere ist unreif, ist schwach, ist brandneu. Und weil aber Viren trotzdem schon alle da sind und auch Bakterien borgt die Mutter dem Neugeborenen ihr Immunsystem. Und das macht die Mutter über die Kolostralmilch. Nur wenige Tiere, zu denen wir Menschen auch gehören, wir borgen. Unsere Mutter hat uns das Immunsystem schon geborgt, noch während wir im Mutterleib sind, weil bei Menschen das über die Plazenta eingespeist wird in den kindlichen Blutkreislauf. Und das funktioniert aber bei Kühen so nicht und auch bei vielen anderen Tieren nicht. Deshalb ist das für das Kälbchen überlebenswichtig, dass es unmittelbar nach der Geburt diese sehr besondere Milch trinkt, diese Kolostralmilch. Weil die Kolostralmilch ist voller Immunfaktoren in einer so hohen Konzentration, dass es schon 24 Stunden nach der Geburt des Kälbchens deutlich weniger sind und 48, 72 Stunden danach schon die Milch, die dann das Kälbchen trinkt oder auch die neugeborenen Tiere trinken, schon ganz anders zusammengesetzt ist und anders aussieht. Das heißt, die Kolostralmilch ist eine sehr außergewöhnliche Erfindung der Natur, um dem unreifen Immunsystem des Neugeborenen maximale Unterstützung zu geben. Und das drückt sich darin aus, dass hier eine Mischung ist, nicht nur aus spezifischen Immunfaktoren der Mutter. Die Mutter hat sich ja schon mal mit vielen Faktoren auseinandergesetzt, hat also schon Antikörper gegen eine Vielzahl von Erregern gebildet, die dort in der Umgebung leben. Die werden dem Kind weitergegeben, aber auch viele unspezifische immunstimulierende Faktoren. Und die sind für uns besonders interessant, weil die regen das Immunsystem an, rasch in Full Power zu kommen. Daneben sind auch Wachstumsfaktoren drin, die machen Kolostrum auch interessant für Sportler, weil sie das Muskelwachstum anregen, überhaupt eben Wachstum stimulieren und natürlich zur Leistungssteigerung interessant sind. Aber das ist jetzt heute nicht unser Thema. Das bedeutet, das Kolostrum hat die Fähigkeit, vor allen Dingen diese erste Abwehrlinie, diese unspezifische Immunität zu stärken. Das macht es besonders interessant. Das heißt, es hat jetzt nichts speziell mit Corona zu tun oder speziell mit Influenza oder speziell mit irgendwelchen Erkrankungen, sondern sozusagen das allgemeine Abwehrschild. Und das bedeutet für unsere Anwendung, wenn Sie merken, Sie werden krank, und ich habe das immer und immer wieder erlebt und habe das bei vielen Partnern auch erlebt, wenn Sie die ersten Symptome spüren, so schnell wie möglich Kolostrum, und zwar hochdosiert. Hochdosiert bedeutet, Sie können alle zwei, drei Stunden einen Esslöffel nehmen oder alle zwei, drei Stunden zwei Kapseln, wenn Sie sagen, ich möchte jetzt mein Immunsystem stark unterstützen. Das machen Sie nur wenige Tage. Sie sollen nicht in dieser hohen Dosierung auf Dauer Kolostrum einnehmen. Aber wenn Sie Ihr Immunsystem rasch unterstützen wollen, hochzufahren, in Full Power zu kommen, dann nutzen Sie dafür am besten Kolostrum. Entweder flüssig, alle zwei, drei Stunden einen Esslöffel, bis abends und dann früh gleich weiter und das für zwei, drei, vier Tage oder alle zwei, drei Stunden ein, zwei Kapseln. Ja, da kommen Sie natürlich auf ganz schön viel, aber es lohnt sich wirklich. Ich habe es immer wieder erlebt, dass ich damit Veranstaltungen machen konnte, wo ich eigentlich dachte, dass ich ins Bett muss. Das heißt, Kolostrum hat vor allem bei Erkältungserkrankungen, ja, jedweder Art der Artenwege oder anderen Infektionserkrankungen wirklich die Möglichkeit, rasch Unterstützung zu geben für das Immunsystem. Dafür ist es ja auch ursprünglich mal produziert worden. Und im Akutfall, wie gesagt, empfehle ich durchaus, das höher zu dosieren, so wie ich es gesagt habe. Sie können aber Kolostrum natürlich auch einsetzen zur Vorbeugung, ähnlich wie Zystus. und das würde ich vor allem denen empfehlen, die Risiko haben für schwere Verläufe. Ja, ich gehe mal hier zwei weiter, das hatten wir schon gesagt. Naja, hier nochmal das Bild, ich lasse das ein Augenblick stehen. Also, das heißt, im Akutfall, akut heißt, ich werde krank und sagen Sie, nee, kann ich jetzt nicht gebrauchen, ich will arbeiten gehen oder bin im Urlaub oder habe gerade eine Veranstaltung oder ich habe jetzt gar keine Zeit, mich ins Bett zu legen. Hochdosiert Kolostrum. Ja, es ist trotzdem gut, sich ins Bett zu legen, zeitig schlafen zu gehen, aber wir wissen, manchmal ist man, ja, wenn ich selbst Seminare habe oder gerade nicht kann, dann hat mir aber Kolostrum immer wieder doch sehr geholfen. Sie können aber auch im Kolostrum zur Vorbeugung nehmen, ja, zur Vorbeugung vor allem jetzt eben auch im Herbst, zur Vorbeugung vor Influenza, das kommt, Vorbeugung vor anderen Erkrankungen oder auch Vorbeugung von Covid, ja, in Ergänzung zum Beispiel zum Zistustee. Hier nochmal habe ich ein paar Symptome zusammengefasst, die typisch sind, zum Beispiel für Auftreten einer Corona-Erkrankung, ja, also wenn sie solche, vor allen Dingen, wenn der Geruch schwach ist oder auch der Geschmackssinn nachlässt, das ist schon recht spezifisch, ansonsten sind natürlich Abgeschlagenheit oder wenn einem die Nase läuft oder Fieber, trockener Husten, das kann auch jede andere Erkrankung auch sein, ja, also Erkältungserkrankung, aber weil wir eben heute in einer Situation leben, wo eben auch Corona die Ursache sein kann, lohnt es sich wirklich dann, so viel wie möglich zu tun, ja, wie gesagt, wir machen keine Heilaussagen und sagen, dann kriegst du kein Corona oder Corona ist dann nicht mehr gefährlich, Corona ist gefährlich für manche Menschen und das gilt eben ganz besonders, wenn man, hier, das möchte ich Ihnen gerne mit zeigen, wenn man Menschen, wenn man bestimmte, zu bestimmten Risikogruppen gehört, das heißt, ältere Menschen, ja, je älter, desto risikovoller, weil natürlich im Alter auch das Immunsystem sowieso schwächer wird, einfach, weil man älter wird und weil man im Alter eben auch Risikofaktoren mehr hat, das sind vor allem eben das Gewicht, das hatte ich schon gesagt, also Übergewicht ist ein eigener Risikofaktor, selbst wenn man nicht Bluthochdruck besteht, aber wenn Übergewicht mit Bluthochdruck zusammenkommt oder mit Bluthochdruck und Diabetes, dann ist doch ein deutlich erhöhtes Risiko, da sollte man auf jeden Fall über Impfungen nachdenken beziehungsweise sich parallel und unabhängig von der Frage, ob man geimpft ist, auch noch entsprechend schützen und dieser Schutz kann zum Beispiel auch neben dem Zistus, was ich schon erwähnt habe und dem Aloe, was ich schon erwähnt habe, dann auch zumindest in den Wintermonaten vielleicht auch eine Basiseinnahme von Kolostrum umfassen. Basiseinnahme bedeutet zwei Esslöffel am Tag oder auch zwei Kapseln am Tag und das ruhig auch für einen längeren Zeitraum dann vorbeugen und wenn man dann merkt, oh, hier geht was los, dann hochdosiert das Kolostrum dann einnehmen, solange man eben Krankheitssymptome hat. Vielleicht noch einen Schritt weiter. Wir haben ja nicht nur mit Corona zu tun, alle anderen Erkrankungen gibt es ja auch und das Immunsystem kann aufgrund vieler Situationen geschwächt sein. Eine der ganz klassischen ist zum Beispiel, wenn man im Krankenhaus ist, wenn man operiert wird oder auch, wenn man zum Beispiel Chemotherapie bekommt oder andere Medikamente, die das Immunsystem eben schwächen. Das heißt, begleitend bei solchen Ereignissen, ich muss ins Krankenhaus, ich habe vielleicht eine OP, am Gelenk operiert werden oder der Blinddarm, irgendwie. Krankenhaus bedeutet immer, ich komme in eine Umgebung, in der es eine Menge Keime gibt, die manche auch besonders gefährlich sind. Ich komme in eine Situation, in der ich viel liege, vielleicht mich nicht gut ernähre. Ich komme in eine Situation, wo der Körper geschwächt ist, dadurch, dass vielleicht die Haut verletzt wird, wenn ich operiert werde. Das heißt, in einer solchen Situation speziell das Immunsystem zu unterstützen, ist immer eine gute Idee. Eine andere Situation, in der das Immunsystem geschwächt ist, ist chronischer Stress. Zu chronischem Stress gehören aber auch intensive Belastungsphasen, wie wir zum Beispiel bei intensivem Sport haben. Auch dort wird von Sportlern gerne Kolostrum verwendet, ja nicht nur, weil es leistungsfördernd ist, sondern auch, weil es Immunsystem stärkt und gerade intensive Trainings- oder Wettkampfeinheiten auch das Immunsystem sozusagen in Mitleidenschaft ziehen können. Und wie gesagt, begleitend zur Chemotherapie, das gilt zumindest für die meisten Krebsformen, man sollte Kolostrum nicht einsetzen bei Darmkrebs und Prostatakrebs und Brustkrebs von jungen Frauen. Das hat was mit den Wachstumsfaktoren zu tun. Bei anderen Krebsarten kann man das durchaus mit versuchen, um dort eben die Nebenwirkungen der Chemotherapie gegebenenfalls abzumildern. Dafür gibt es eine Menge Erfahrung beziehungsweise auch das Immunsystem wieder zu unterstützen. Grundsätzlich sollten wir kein Kolostrum geben, wenn eine Milcheiweiß-Allergie besteht. Es hat nichts mit Laktose-Unverträglichkeit, das ist kein Problem, aber wenn eine Milcheiweiß-Allergie besteht. Das ist relativ selten, aber kommt schon mal vor. Wir sollten es nicht geben an Kinder unter sechs Monaten, weil sie sollten auch keine Milch trinken und ganz wichtig, nach Organtransplantation, also wer eine fremde Niere bekommen hat oder Leber oder Herz, dann nehmen natürlich die Menschen auch starke Medikamente ein, um das Immunsystem zu unterdrücken, was zur Folge hat, dass die natürlich häufig krank sind, aber das ist dann eine Nebenwirkung, die wir nicht dadurch behandeln dürfen, indem wir das Immunsystem stärken, weil es ist nicht ausgeschlossen, wir können das nicht wirklich mit Sicherheit sagen, ob da nicht auch die Abstoßungsreaktion des Immunsystems auch mit verstärkt wird, deshalb Menschen, die Organtransplantationen haben, kein Kolostrum. Was ist jetzt wichtig, wenn man Kolostrum vielleicht vergleicht? Es gibt ja auch andere Anbieter von Kolostrum. Was sind Qualitätskriterien? Es ist nämlich wichtig zu wissen, weil Kolostrum, es gibt ein paar gesetzliche Grundlagen, die einfach wichtig sind zu kennen. Also erst mal LR, das wissen Sie, arbeitet mit zuverlässigen Zulieferern zusammen und wenn da mal was passiert, so wie wir es jetzt hier bei ProBalance haben, dann wird auch sofort die Auslieferung gestoppt. Sowas kann immer mal vorkommen, aber in den vielen Jahren, in denen ich jetzt mit LR zusammenarbeite, ist es sehr selten passiert. Das entscheidende Qualitätskriterium für Kolostrum ist, wann es gemolken ist. Ich gehe mal schon mal eins weiter und komme dann nochmal zurück. Hier ist eine Darstellung, sehen Sie, links unten ist die Geburt, das heißt, das Kälbchen wird geboren und das erste Kolostrum, und das heißt, das Kolostrum der ersten 12 bis 24 Stunden ist das beste Kolostrum. Die für uns interessanten Faktoren, Immunfaktoren, Wachstumsfaktoren fallen innerhalb der ersten 24 Stunden auf 25% ab. Das heißt, Kolostrum heißt, das, was aus dem Euter kommt für die ersten fünf Tage. Das heißt, ich kann auch am vierten Tag zu der Kuh gehen, nach der Geburt des Kälbchen, uns die melken und dann als Kolostrum verkaufen. Das ist rechtlich gesehen korrekt, aber von der Wirkung her ist es fast Milch. Ab dem fünften Tag ist es dann Milch. Das heißt, achten Sie darauf, wenn Sie Kolostrum kaufen, nur Kolostrum, was aus den ersten 12 bis 24 Stunden stammt. Und LR Kolostrum ist unabhängig zertifiziert vom Fresenius Institut, nur Kolostrum zu verwenden aus diesen ersten 12 bis 24 Stunden. Und nur das ist hochwertiges Kolostrum. Anderes Kolostrum lohnt sich nicht, da lohnt sich das Geld nicht auszugeben, weil da eben nicht mehr so viele Wachstumsfaktoren und Immunfaktoren drin ist. Dann muss man Kolostrum gut behandeln, das muss also sofort eingefroren werden und dann muss es so haltbar gemacht werden und auch das ist wichtig, dass es nicht sozusagen zu stark erhitzt wird. Denn wenn Kolostrum heiß gemacht wird, dann gehen ein Teil dieser sehr empfindlichen Eiweißmoleküle kaputt. Das hat dann auch keine Wirkung mehr. Also braucht es ein Kaltherstellungsverfahren, müssen bestimmte Sachen entfernt werden aus dem Kolostrum und dann wird Kolostrum steril filtriert. Das ist das Verfahren, nach dem LR arbeitet und das ist auch das Beste, was es am Markt gibt. Also nur Kolostrum aus den ersten 12 bis 24 Stunden, Kaltherstellungsverfahren, Sterilfiltration, das ist das Beste Kolostrum, was es gibt. Es gibt auch einige andere Anbieter, die das so machen, die bieten auch Kolostrum zu ähnlichen Preisen an. Es gibt aber auch immer wieder mal Billiganbieter von Kolostrum, wo man das sehr viel günstiger bekommt oder billiger, aber das ist dann Kolostrum, was anders später abgenommen wird. Da ist dann sehr viel weniger drin, lassen sich dort nicht für dumm verkaufen. Dafür machen wir diese Veranstaltung. Also nochmal zusammengefasst, Kolostrum stellt zusätzliche immunologische Power zur Verfügung. Durch eine Vielzahl, es sind hunderte von Faktoren, sogenannten Immunregulatoren vor allen Dingen, aber auch Immunregulatoren der unspezifischen Immunität, aber auch viele Antikörper der spezifischen Immunität sind natürlich für uns nur teilweise interessant, aber auch viele Wachstumsfaktoren und andere. Und Kolostrum bietet somit passiven Schutz, also vorbeugend, weil das Immunsystem damit quasi längerfristig unterstützt und gestärkt wird. Das kann man machen bei zum Beispiel Krankenhausaufenthalten, begleitend zur Chemotherapie oder bei bestimmten Medikamenten nach Operation und schnelle Hilfe vor allen Dingen bei akuten Infekten, wie wir es am Beispiel der Grippe oder auch Corona haben, wenn sowas akut auftritt, dann hochdosiert Kolostrum. Und diese drei Produkte sind letztlich wirklich bilden eine gewisse Abfolge sozusagen. Basis, Valor, vielleicht mit Vita-Aktiv kombiniert, dann Zistus-T, sowas kann man gut zusammennehmen und dann im Falle einer Infektion noch zusätzlich Kolostrum. Oder wenn man zu besonderen Risikogruppen gehört, dann nimmt man vielleicht Kolostrum auch längere Zeit schon vorbeugend. Dann noch ein kurzer Blick auf Reishi. Reishi, ein Heilpilz aus der chinesischen Medizin, auch ayurvedischen Medizin. Reishi hat eine Vielzahl von unterschiedlichen Wirkungen, unter anderem auch auf das Immunsystem, deshalb erwähne ich ihn heute mit. Er hat aber auch Wirkung auf die Leber, kann zur Entgiftung eingesetzt werden für Stoffwechsel. Das schauen wir uns heute aber nicht an, sondern wir schauen mal auf die Wirkung auf das Immunsystem. Da hat Reishi verstärkende Wirkung. Das heißt, kann zum Beispiel auch im Zusammenhang begleitend zur Chemotherapie mitgenutzt werden, um das Immunsystem zu kräftigen. Chemotherapie als die typische Behandlungsform von Krebs schwächt ja das Immunsystem. Das ist ja eher eine ungünstige Nebenwirkung. Kolostrum, Reishi können das Immunsystem stabilisieren und damit mögliche Nebenwirkungen vielleicht minimieren. Ähnliches gilt eben auch für Aloe. Aber Reishi hat auch die Fähigkeit zu balancieren, vor allen Dingen auch in der Kombination mit Aloe und Pro12. Das heißt, auch möglicher Einsatz bei Allergien. Und das zeige ich Ihnen hier nochmal. Das heißt, wenn man eine klassische Allergie, Heuschnupfen zum Beispiel, wirklich verbessern möchte, dann ist es gut, wirklich rechtzeitig zu beginnen. Rechtzeitig heißt, vielleicht jetzt im Herbst, wenn Sie irgendjemanden treffen, der sagt, ich habe im Frühjahr doch heftige Allergie immer, irgendwann April, Mai, wenn die Bäume blühen oder bestimmte Pflanzen blühen, dann lohnt es sich wirklich schon, einige Monate vorher mit Aloe Vera zu beginnen, dann Reishi mit dazu zu nehmen, vielleicht noch Pro12. Und Sie sehen, es braucht immer eine gewisse Zeit, bis solche Produkte auch im Körper eine Wirkung zeigen, im Sinne der unterstützenden Balance. Das heißt, es sind keine Akutmittel. Die Medizin stellt ja Akutmittel als Medikamente zur Verfügung, wenn ich durch eine blühende Wiese laufe und akut Schnupfen bekomme oder akute Allergie bekomme, dann gibt es ja entsprechende Medikamente, aber wenn man längerfristig das Immunsystem balancieren will, dann ist es gut, schon jetzt im Herbst, Spätherbst anzufangen, vielleicht mit Aloe, dann Pro12 mit dazuzunehmen im Januar, Februar und dann auch noch Reishi und sowas ruhig mal für drei, vier Monate dann, bis die Pollensaison vorbei ist. Also, Reishi, klassische Einnahme, ist eine Kapsel, hat auch Anti-Aging-Effekt und vieles andere mehr, kann aber durchaus auch im Rahmen einer Begleitung bei Chemotherapie oder im Rahmen von Entgiftungsprozessen ja, auch mal eine höhere Dosierung bis drei Kapseln oder sogar noch höher. Das ist möglich. Und letztes Produkt sei hier erwähnt, das werden wir dann nächste Woche, beim nächsten Mal vielleicht im Zusammenhang, wenn wir über das Thema Darm sprechen, noch uns genauer anschauen, vielleicht Darm und Stress wäre eine gute Kombination, vielleicht für das letzte Webinar dann im Dezember. Pro12 hat ja als Ziel den Darm, ist ja ein sehr außergewöhnliches Produkt, weil wir es hier nicht mit Mikronährstoffen, sondern tatsächlich mit lebenden oder lebensfähigen Organismen zu tun haben. Ja, wir haben eine Kombination aus zwölf probiotisch wirkenden Bakterienstämmen zu tun, sechs verschiedene Stämme von Lactobacillen, Bifidobakterien, Streptococcus Thermophilus und hier ist wirklich so, die sind einzeln verpackt, ja, lassen wir mal kurz gucken, was haben wir hier, die sind, eigentlich gehe ich nochmal zurück, die sind also einzeln verpackt, das ist wichtig, vielleicht kurz, das können wir dann beim nächsten Mal ein bisschen ausführlicher machen, wenn Sie so eine Kapsel nehmen und aufmachen, was da rausrieselt, das sind die sogenannten Mikroverkapselten Stämme, das heißt, Sie können so ein Produkt auch kleinen Kindern geben und kleine Kinder profitieren sogar insbesondere, weil auch die Darmflora entwickelt sich in den ersten vier, fünf Jahren des Lebens, über welche Stufen, das schauen wir uns ja beim nächsten Mal an und wenn die Darmflora geschädigt ist, zum Beispiel sehr früh durch Antibiotikagabe oder andere Faktoren, dann ist es wichtig, dass wir das wieder aufbauen, weil die Darmflora spielt eine ganz wichtige Rolle für das Gleichgewicht im Darm, für die immunologische Balance im Körper, weil um das Immunsystem, das Immunsystem im Darm lernen, Immunzellen, das hatte ich vorhin gesagt, lernen durch den Kontakt mit allen möglichen Substanzen, die im Darm sind und lernen durch den Kontakt mit den Immunzellen und nun ist es, wenn wir Bakterien schlucken, durch die Säure im Magen gehen viele Bakterien kaputt und deshalb muss man die verkapseln, also Magensaft, vor dem Magensaft schützen und deswegen sind diese Mikroverkapsel, das ist ein wichtiges Qualitätskriterium, was nicht viele Produkte haben und die sogenannten probiotischen Stämme wirken sozusagen, balancieren auf die Darmflora ein, wirken damit auf die Immunfunktion und aber auch auf den Stoffwechsel, das können wir uns beim nächsten Mal ein bisschen genauer anschauen und ganz, ganz wichtig, nach jeder Antibiotikagabe ist es wichtig, die Darmflora wieder zu unterstützen, weil Antibiotika bedeutet Knüppel auf den Kopf für alle möglichen Bakterien im Darm, probiotische und auch andere und die erholen sich danach wieder, aber wenn wir wollen, dass wir eine gesunde Darmflora wieder aufbauen, ist es gut, sich dann mit Antibiotika, mit Pro12 zum Beispiel zu helfen, aber diese balancierenden Wirkungen können wir auch nutzen, um zum Beispiel bei Heuschnupfen oder anderen Allergien zu unterstützen oder auch das Immunsystem zu stärken, das heißt, Pro12 hat beide Fähigkeiten auch, kann sehr gut bei Reizdarm, Nahrungsmittelunverträglichkeiten genutzt werden. Wie gesagt, gibt es noch eine Menge mehr zu zu sagen. Einnahme ist ganz simpel, eine Kapsel pro Tag brauchen Sie nicht mehr nehmen, es kommt eher darauf an, dass es einen längeren Zeitraum nehmen, also mindestens sechs, acht Wochen, sonst passiert gar nichts, am besten so drei bis sechs Monate. Eine Kapsel abends als letztes, sodass die Bakterien über Nacht Zeit haben, sich da im Darm anzusiedeln und dort sollen die leben und sie leben auch, wenn sie Nahrung bekommen. Das ist in dem Produkt schon auch mit drin, das heißt, das Produkt enthält auch Substanzen, die die Darm, die die probiotischen Bakterien ernähren. Genau, das machen wir dann aber beim nächsten Mal noch ein bisschen ausführlicher, was das bedeutet und welche wichtigen Eigenschaften die noch haben. Genau, wir kommen langsam zum Ende für heute. Wenn wir das zusammenfassen, wir haben heute über das Immunsystem gesprochen, wir haben über die beiden Aufgaben des Immunsystems gesprochen, nämlich den Körper zu schützen, dafür müsste das Immunsystem stark sein. Das Immunsystem muss auch in der Lage sein, seine eigene Stärke zu handeln, das heißt, damit gut umzugehen, das heißt, Bedrohung richtig einzuschätzen. Beides kann sozusagen aus dem Gleichgewicht geraten, Immunsystem kann zu schwach sein, das war heute unser Schwerpunkt, das heißt, die Stärkung des Immunsystems über Produkte. Das Immunsystem kann aber auch aus der Balance kommen, indem es überreagiert oder sich gegen den Körper selber richtet. Das haben wir hier heute nur am Rande mit angeschaut, das könnten wir beim nächsten Mal ein bisschen genauer machen und auf dieser letzten Folie habe ich nochmal versucht, alles zusammenzufassen in einem Bild. Was bedeutet dieses Bild? Wir haben im Zentrum die Aloe. Die Aloe hat sowohl stärkende als auch balancierende. Das heißt, wir haben vor allen Dingen chronisch balancierende Wirkungen von Pro-12 und Reishi. Wir haben akut stärkende Funktionen von Kolostrum und Zistus, teilweise auch Reishi, aber in erster Linie von Kolostrum und Zistus. Und wir haben die balancierenden langfristigen Wirkungen von Pro-12 und Reishi. Und der Drehpunkt ist Aloe Vera, weil Aloe Vera vereint sowohl akute, verstärkende als auch chronisch balancierende Wirkungen. Es kann also sowohl die Basis sein für ein stabiles, starkes Immunsystem über einen längeren Zeitraum als auch die Grundlage sein für balancierende Effekte, die längerfristig dann wirken, wenn wir sie vor allen Dingen auch noch mit Pro-12 und Reishi kombinieren. Deshalb immer wieder ist Aloe so ein starkes und grundlegendes Produkt. Aloe ist deshalb mit Basis Produkt, aber im Rahmen des Aloe Plus Konzepts, wenn wir bestimmte Eigenschaften der Aloe noch verstärken, nämlich hier die immunologisch stärkenden Eigenschaften durch die entsprechenden Mikronährstoffe, dann haben wir einen Spezialisten und über Spezialisten haben wir heute gesprochen, das heißt Spezialisten für das Immunsystem. Wie gesagt, die Produkte haben auch noch eine Menge andere Fähigkeiten, aber ich denke im Rahmen der derzeitigen Situation da draußen und auch im Rahmen der Jahreszeit passt es so. Ich hoffe, Sie konnten wieder was mitnehmen. Genau, hier ist noch ein Fragezeichen Ich denke mal, mein Vorschlag wäre und wenn das so bestätigt wird, dann werden Sie das noch erfahren, sicher ist schon am 16. Dezember um 19.30 ist das nächste Webinar und mein Vorschlag wäre, dass wir über Darm und vielleicht Stress sprechen, auch über diesen Zusammenhang, wie beeinflusst eigentlich Stress den Darm, was können wir tun und dann entsprechend vielleicht über Mindmaster noch sprechen, das ist ja auch ein absoluter Spezialist, vielleicht Mindmaster Extreme und noch etwas erweitern, was können wir noch für den Darm tun, nämlich über Pro 12 und in welchen, wie können wir das auch noch mit anderen Produkten kombinieren und was für Anwendungen speziell bei Darmerkrankungen wie Reizdarm und Entzündungen im Darm wir dann Produkte noch unterstützen, anwenden können. In diesem Sinne, wie immer, alles Gute, was passiert, zieht das Nächste nach sich. Es bedeutet im Guten wie im Schlechten, wenn Sie für Ihre Gesundheit sorgen, wenn Sie spazieren gehen, hat es einen guten Effekt, wenn Sie sich gut ernähren, wenn Sie sich ausruhen, wenn Sie gut sind zu sich selbst und zu anderen Menschen und in diesem Sinne ganz viel Erfolg. Danke für die Aufmerksamkeit, danke für die Übersetzungsarbeit, auch für die Präsentation, ich weiß, es ist immer viel, viel Arbeit, danke für das Team und zurück Ingrid, Vielen, vielen Dank.